und damit herzlich willkommen auf meinem rosting kanal die ab freundernacht ich werde zeichn ein kleines bisschen in die horror spielchen keine ahnung lassen wir uns ja am besten mal überraschen heute spielen wir zusammen der will die demo ist so eine art retro arcade spielchen ich spiele das hier mit meinem xbox controller press fire to start und probiere mal mal schauen was im zukunft oh 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 okay Hallo? Ich kann ja schießen, aber ich kann nicht. Ah, jetzt kann ich laufen. Ah, hier kann ich springen. Man hat ein paar Anfangschwierigkeiten. Ich habe die Zag auf dem Demo. Oh, jetzt bin ich. Uiih! Uiih! Hohoho! Uuuuh! Wofan! Eeeeh! Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet, wieso euch gefällt. Ich mache wieder etwas ganz anderes auf meinem Kanal. Aber ich habe mir gedacht, wird's euch durch? Warum nicht? Warum nicht? Juppa! Schlüssel. Das Sound ist schon mal ziemlich abgedreht. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch gefällt. Was ihr davon halten. Ich habe mal wieder etwas ganz anderes in der heutigen Zeit, wo so viele die Spieler also etwas anspruchsvoller sind. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Sachen. Vom Style her... Hallo? Was nu? Boah, ich geh vorsicht. Wie gesagt, was die Bist du dir? Wie gesagt, ich will... Ich gehe jetzt auf den Schall. Wie gesagt... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh. Die bei einer Böden. Es dauert so lange. Ich bin mal gespannt, wie lange die Demo überhaupt geht. So. Die Demo war ja vernichtet. Warte mal auf den Kollegen hier. Das ist ziemlich creepy sound. Das geht halt ein bisschen langsamer. ich weiß gerade im moment nicht was ich sagen soll weil es tut sich halt nicht aber ist eigentlich ganz einfach man kann nicht viel falsch kommen das kommt mir sehr entgegen ja 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 Suck. Oh, oh. Ich hab noch zwei Leben. Oh, oh. Die, die Spocki. Beb. Lalalalalala Das ist unser letztes Leben Wenn ich dieses Leben vergeigt habe, dann wird dieses Let's Play auch zu Ende sein Carigando Was heißt das? Es lädt? Vielleicht? Da komm ich nicht hin Und es geht weiter Du verreise Verderben Du Ja, easy Oh, die ist da rüber Wo krieg ich denn da? Ich will es warten Oh ne Wie weit kann ich springen? Nein, da kann ich nicht Und da komm ich ja auch Es kommt, der Aufzug kommt Oh oh Nein Game Over Mist, ein bisschen zu früh Abgesprungen Schade, 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 schade Schade Ah First, yo Ross Team 120 Juhu Valera Ja Leute Das war Level Die Demo Schreibt mir gerne in die Kommentare Wie euch das Spiel gefallen hat Aber was anderes erzählen wir euch Wenn ihr der Meinung seid, ich habe es trotzdem einigermaßen gut gemacht Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da Ich freue mich natürlich riesig darüber Ansonsten bedanke ich mich sehr bei euch beim Zusehen Für's Zusehen Und hoffe ich Ihr schaltet wieder ein auf meinem Rostikanal Bis zum nächsten Mal Das war COTTE KENDE amusement vais euer laut In diesem Sinne Bis zum jakевичQué Euer Rosti Tchœ ớh knot impairment Vielen Dank.